Oh, hallo Fanny. Oh, ich habe ja ganz vergessen. Abstand halten. Ja, 1,50 Meter am besten. Aber, Fanny, weißt du was? Wir haben ja auch viel Blödsinn gemacht, ja, früher. Aber wenn ich jetzt so aus dem Balkon schaue und viele junge Leute sehe, die immer noch in Gruppen zusammen vor der Haustür oder im Park stehen, dann verstehe ich das einfach nicht. Ja, auch manche machen noch Partys, feiern in Gruppen, obwohl man sich doch so schön zu Hause beschäftigen kann. Ja, ich habe auch ein neues Spiel mitgebracht, ja, das können wir heute zu Hause spielen. Ja, wir sollen ja zu Hause bleiben. Schau mal, das heißt, Menschen, bleib doch zu Hause, ja. Und das ist ein richtiges, lustiges Spiel. Gab es auch schon mal in irgendeiner anderen Version, ja. Und das setzt auf jeden Fall. Und wir machen alles richtig, ja. So, ich gehe wieder, Fanny, und den Platz immer schön Abstand halten. Tschüssi.